Hey, Internet und YouTube zurück bei Etiastron und Auditore. Ich mach einfach... ... etwas ganz Unauffälliges. Okay. Und zwar töten. Immerhin bin ich aus der Szene, es muss unauffällig passieren. Wupp, wupp, wupp. Gelb, 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 gelb. Du hast mich noch nie gesehen, mein Freund. Woher sollten wir uns kennen? Wohin geht ihr eigentlich? Geht ihr hier runter? Er hat keine Ahnung, YouTube, er hat keine Ahnung. Sicher ist sicher. Vielleicht muss ich sie so oder so töten. Töttern. Hallo! Au! I'm sorry! Au, es tut mir leid. Au! Oh mein Gott! Und wieder. Okay. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt so gut funktioniert hat. Hier gibt's keine Schwierigkeitsstufe. Ich hab auch keinen Cheat verwendet. Wie kann es sein, dass ich vier Leute umbringe? Das hab ich noch in keinem Part jemals geschafft. In keinem Teil. Naja, gut. Was soll's. Nicht ziehen. Steck's ein. Steck's ein, Ezio. Und rein zu dem... Okay. Ah, rein zu der Leiter. Exakt. Rot ist... Okay. Bin ich rauf? Aber nur weil ich nen Sprungangriff töten möchte. Was ist los? Hier ist niemand. Hier ist niemand. Und... Was ist... Los! Ich hoffe nichts. Au! Au! Und? Das ist ja exzellent. Auf... Aufzustöhnen. Du bist schon tot. Hat keinen Sinn, das künstlich hinaus zu zögern. Die Hülse aus Metall prallt von was? Okay. Alles viel zu kompliziert. Ich hab ein Schwert. Versteckte Klinge. Das reicht für den Rest des Spiels. So, ich muss wohl nach oben. Nein? Ah, hier. Perfekt. It's a perfekter. Ist hier jemand? Niemand. Yes! Ezio's was? Vollschirm. Wie? Vor allem am Sturz X drücken. Weißt du, Helle? Okay. X! Hahaha! Oh ja, hab ich den. Naja. Drücken sie X und Gegner und... Okay. Tempel im Dorf. Neun von neun. Ups. Verfolgen sie mindestens einen von ihnen bis zu seinem Ziel. Hallo? Hoffentlich. Hoffentlich. Was jetzt? Soll ich die Templer ausschalten oder soll ich die ausschalten oder soll ich die jetzt nur verfolgen? Okay. Gut. Gut, dass ich völlig planlos bin. Ich verfolge sie einfach und äh... Ja. Whatever. Ich hab nichts. Sorry. Scusi. Niente. Keine Ahnung mehr. Habe ich mal Italienisch gelernt? Ne. Aber ich war mal ein paar Monate. Ich glaube, in der Schule konnte man sich das aussuchen, oder? Französisch oder Italienisch. Aber außer Pizza... Spaghetti... Ist nichts hingehen geblieben. Scusi. Scusi. Vorsicht. Scusi. Niemand darf gehen, bevor der Assassine tot ist. Habt ihr verstanden? Signum Kili Lohaie. Anscheinend hat er uns gefunden. Bämme! 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 Wozu bin ich die ganze Zeit geschlichen? Hopp! 100% Senk! Die Verfolgung darf nicht scheitern. Halleluja! Muss ich jetzt lenken? Ich halte mich doch fest. Nach links oder rechts bewegen. Alles klar. Ich halte mich fest, Mann! Vor allem, was vorsichtig ist, okay? Oh, oh. Halten sie nach vorne gedrückt. Achso, dann kann ich mich nicht zur Seite bewegen. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh! Das war genau in die Glocken. Oh! Warte, 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 warte. Hab, hab den kritischen Punkt erreicht. Hab den kritischen Punkt erreicht. Hab den kritischen. Oh, ho, ho. Gott, ich brauche eine Rüstung mit Eierschutz. Geil. Oh, oh. Shit. Mann. Ich sehe mich schon hier scheitern. Komm schon, Ezio. Komm schon. Schon. Perfekt. Du machst das gut. Du machst das gut, Ezio. Du machst das gut. Oh, ist das vervorragend. Bein dich mal ein bisschen. Ich drücke nach vorne. Ich drücke nach vorne. Ich drücke. Oh, Gott. Ach, nein, du alter Kletter. Oh, Gott. Zu leider. Huch. Ha. Nein. Wo bist du, Bastard? Jetzt, ja. Muss noch viele Frauen retten. Haut sich dann mit Innotationen. Ich bin stark, buddy kai. Näh! Näh! Komm! Näh! 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 Hi! Fahrt zur Hölle! Wohohohohoho! Erinnnn jaa! Äh... Ich hasse Kutsch. Du wieder! Überraschung! Ich hab ihn! Oh ne, das hat... Was muss ich tun? Den Templer abschütten. Gegnerische Kutsch... Lenken... Okay. Was zur Hölle? Hau ab, man! Ich steuere in die Richtung des Gegners. Was tue ich denn die ganze Zeit? Ausholen? Hau ab! Oh shit! Oh shit! Ha! Ah! Ah nein! Ich Idiot! Au! Au! Genau rein! Ich Idiot! Nimm das! Nimm das! Oh, das hat gesessen. War nicht schlecht, mein Freund. Nein! Nicht hier rein! Oh fuck! Ich bin drauf! Ich bin drauf! Oh! 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 Hauptmann. Fuck. What is this? Okay. Gut, kein Problem. Kein Problem. Ich muss anscheinend... Keine Ahnung. Okay, nicht auf diese scheiß Steinchen hier. Wenn sie weiter ausholen, als die Gegner beschädigen sie. Ich hab doch ausgeholt wie ein Pro. Hau ab, Mann. Ich muss sie ausholen. Und... War das gut? Vorsicht. Jetzt. Jetzt. Und... Yes. Das ist doch zum Kotzen. Das ist unfair. Oh, nein. Komm schon. Nein, nein, nicht. Nichts hier runter. Ich hab's versaut. Was ist... Oh, nein. Ich hab's versaut. Oh, Kacke. Oh, fuck it. Nicht drauf gehen, Ezio. Danke, Segwenz. Du hast mich gerettet. Nimm dies. Nimm dies. Stirb, Bastard. Haltet ihn. Haltet ihn. Was bist du mit dem Stein? Bist du bekloppt? Ach so. Das war ne Bombe. Oh, die haben ein Pferdchen. Und wir gehen jetzt ein Pferdchen? Oh, oh. Better. 100 Prozent! Pro Gamer. Pro Gamer. 100.000 Euro im Monat. Atemdance. Was Atemdance? Könnte der Text etwas länger stehen bleiben? Verwunderte Adler. Der Templer-Hauptmann, Leandros, finden Sie eine... Blablabla, akzeptieren. Volles... Okay, ich muss das lesen. Mindestens fünf Wachen aus einem Heuhaufen eliminieren. Okay. Okay. Machen wir im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. YouTube macht's gut. Tschüss. Ich bin nächstens. Okay. Ich bin hier. Ich bin gleich. Also, wir gehen. Vielen Dank.